Musik Kommen, Jungs, rein hier. Das ist bestimmt ein schlechter Plan, hier hochzugehen. Oh, hi. Da ist noch ein hinterer Raum. Shit. Die Jungs, die kommen hier hoch! Ihr Affen! Ich bin rausgetippt! Ja, genau. Intime Scheiße, echt. Wer rufen da? Hey, jetzt soll ich in den Transporter einsteigen, oder was? Oh. Oh. Ja, das ist, weil auf dem Desktop ist die Maus schneller. Das ist so ätzend. Gerade bei den Schlössern knacken und so weiter. Oh, 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 oh. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Scheiße. Ich wollte es ruhig angehen lassen, ne, aber anstatt die Kamera mit dem Stein zu bewerfen, habe ich den Mann mit dem Stein beworfen. Oh, das hat jetzt gekostet, du. Na komm. Sehr gut. Mal kein Angriff. So ein Gefühl. Rubes Risiko. Hallo. 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 Ich weiß nicht, dass da noch mehr dahinter steckt, als es scheint. Hell, einen wunderschönen, wie geht's dir? Erwartet 27.000 bis 41.000 Dollar und erwartete Beute sind Drogen. Was haben wir hier? Wieder einen Polizeiüberfall. Ich schließe mit dem Boss im Team ab. Elektronik. Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde das Polizeidingen nochmal machen. Vor allem, wir haben ja jetzt auch gute Bewaffnung. Ein Sonderziel mit dem Boss im Team abschließen, das machen wir jetzt. Recht gut, das freut mich hell. Auch soweit müde, aber auch soweit. Ja, sehr nice, das ist ja ein komplett anderes Szenario jetzt. Ich dachte, das wäre jetzt wieder halbwegs gleich oder so. Das ist ja cool. Ich markiere die mir erstmal alle. Die waren dann Tach hell. Guck mal nach dem Hintereingang. Guck mal nach dem Hintereingang. Tach hell. Okay. Hintereingang. Wenn der Zinn wäre, in der Zinn wäre, in der Zinn wäre, das wäre besser geworden. Just keep moving, folks. Just get. Ich weiß schon, was ich machen muss. Witzig, wenn man hier runter treten könnte. Was ist das? Da geht's. Ich bin mir nicht sicher. Da können die mich von hier oben gut sehen. Wechsel doch. Okay, Charakterwechsel ist hier nicht möglich. Toll. Okay, du machst krach. Ach, kein Stress hier. Okay. 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 Komm, schneller. Okay. 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 Wow, looks like a fine day. What the? Nein! Lass mich jetzt mal hochkommen, ja? Uh, das hat weh. So, Leute, jetzt geht's ab hier. Wo, wo? We're good here. Are you certain? Yes. Oh, damn it! Hey! Haut den doch weg! Oh, der hat schon zwei Taschen, Mist! Komm her, nehmen die mal. Nehmen, ach, der hat zwei. We got a bag! We got a bag! We got a bag! You have a window. Finish up. We've got hot the loot. Hit it! What is it? In. Let's move. Ah, ist noch was drin. Hm. Dann haben wir 34.000. 40.000. Ja, kommen wir auch noch. Das ist schon ordentlich. Das ist sehr gut, Herr. Sehr gut. Viel Erfolg dir. Oh, hell fucking yeah. Very nice. Guck mal, sauber abgeschlossen. Oh, da sind mal drei Teammitglieder direkt außer... ...muster sind, ne? Ich könnte natürlich noch Teammitglieder dazuholen, ne? Alter. 149.000 Dollar. Kann ich Geld scheißen, oder wat? Jetzt nochmal Travis Baker hier... ...fördern. Okay. Was denn? Prüfen. Ach so. Eine Übersicht. Okay. Greifen wir dann? Stufe drei. Uh. Oh. Oh. Ich kann nur das angreifen, was in meiner Nähe ist. Ich kann nur das angreifen, was in meiner Nähe ist. Nehmen wir jetzt ein. Gehen die Dollar-Dragons hier. Gehen die Dollar-Dragons hier. Geht von explodierenden Autos weg. Jetzt hab ich schon wieder ne Schrotze. Aufschauen! Dann wollen wir sie vorgeln! Wär specialty! Gefällt uns. Wirossen euch euch an der� Display. Ich habe was hier ein Frater. Wär ich dich! 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 Wär ich! Wär ich dich! Wär ich dich! Bis zum nächsten Mal.